Moin Leute, willkommen in Buleland. Ich sitze jetzt gerade an meinem Rechner und im heutigen Video möchte ich euch mal das Thema Nearby Share ein bisschen näher bringen. Wer nicht weiß, was das ist, das ist quasi die Android-Alternative zu AirDrop bei Apple, mit der man relativ unkompliziert kabellos Daten von seinem Smartphone auf seinen PC übertragen kann. Das war bisher ja immer so ein kleiner Act mit Kabel anschließen, dann hat man eine komische Fallstruktur. Ich habe in der Vergangenheit einfach irgendwie alles in meinen Google Drive geschickt und dann dort synchronisiert. Aber wie gesagt, seit neuesten, seit drei Monaten gibt es die Nearby Share Beta für PC. Ich glaube für Mac gibt es die mittlerweile auch. Das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Was muss man dafür tun? So, und das erste, was ihr tut, ihr installiert die Nearby Share Beta für Windows. Das ist kostenlos, das könnt ihr installieren, das habe ich vor einiger Zeit gemacht und sobald ihr das gemacht habt, habt ihr quasi so eine App, die sieht dann so aus und darüber kann man dann alles sharen. So, ganz wichtig, das funktioniert nur, wenn eure Geräte alle im selben WLAN sind. Also mein Smartphone und mein PC, die sind beide im selben Netzwerk und dann funktioniert das. Und was ihr dann tun müsst, ihr müsst natürlich euren PC prinzipiell sichtbar machen, dass man ihn auswählen kann. Weil, wenn man nämlich zum Beispiel ein Bild nimmt und sagt, ich möchte das übertragen, dann hat man ja die Möglichkeit von Nearby Share das auszuwählen und wenn man das dann macht, dann bekommt man einen PC angezeigt. Und das geht nur dann, wenn ihr wirklich euren PC sichtbar gemacht habt, also wenn ihr bei euch im Netzwerk seid, dann ist es relativ unkompliziert, dann könnt ihr einfach machen von allen Empfang, weil es eher unwahrscheinlich, dass irgendjemand in eurem WLAN ist und dort euch dann Daten schickt. Weil der Punkt ist nämlich der, wenn ihr das macht, dann klickt ihr auf Schicken und dann landet das, je nachdem was ihr für einen Ordner hier eingestellt habt, zum Beispiel hier in meinem Downloads-Ordner. Und dann ist da auch schon alles drin, wie es sein sollte. Und der einzige limitierende Faktor dafür ist definitiv euer WLAN. Also wenn ihr ein gutes WLAN habt, dann kriegt ihr die Daten relativ schnell übertragen, wenn ihr ein langsames WLAN habt, relativ langsam. Aber das Gute ist, es ist wirklich unkompliziert, Daten werden so übertragen und fertig. Und das funktioniert mit allen Daten. Also nicht nur mit Bildern, theoretisch alles, was ihr irgendwie auf eurem Android-Smartphone habt, könnt ihr so nutzen. Ihr seht es vielleicht jetzt hier bei mir, Nearby Share ist nicht verfügbar. Das ist nur, wenn man Daten von seinem PC auf sein Android-Smartphone schicken möchte. Ich bin jetzt am PC, da habe ich keinen Bluetooth. Ich müsste es zwar mit einem Notebook ausprobieren, aber theoretisch könnt ihr das dann auch quasi in die andere Richtung machen. Und quasi Daten von eurem PC auf euer Smartphone übertragen. Aber ihr seht, das ist relativ einfach und unkompliziert. Schnell ist es auch. Und ja, ihr habt es selber in der Hand, wo die Daten landen sollen. Weil viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es ja hier nicht. Und damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Und sagt mir mal, ob ihr schon Nearby Share benutzt oder ob ihr einen anderen Weg nutzt, um eure Daten zu übertragen. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.